Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu diesem ersten Wochendurchblick im neuen Jahr. Ein Wochendurchblick, der mich sehr zuversichtlich stimmt. Denn alleine am vergangenen Wochenende haben Medienberichten zufolge rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus demonstriert. Teilweise war der Andrang so groß, dass Versammlungen aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden mussten. Auch wir Abgeordnete der Freien Wähler-Landtagsfraktion haben mitdemonstriert. Ich selbst war am Sonntag in München dabei und kann euch sagen, alle die dort waren, haben ein Bekenntnis abgelegt. Ein Bekenntnis gegen Rechts, ein Bekenntnis gegen Hass und Hetze, gegen Antisemitismus und Menschenverachtung. Und ein ganz klares Bekenntnis für unsere freiheitliche Demokratie. Ich bin erleichtert darüber, dass so viele Menschen das klare Zeichen gegeben haben, wir sind mehr. Sie reagieren damit auf das jüngst aufgedeckte Geheintreffen von Rechtsextremisten und den dabei diskutierten Masterplan zur Remigration. Dieses Ansinnen ist barbarisch und abstoßend. Solche Tabubrüche erinnern an schlimmste Zeiten deutscher Geschichte. Es erfüllt uns Freie Wähler mit Entsetzen, wie unverhohlen die AfD völkisches Gedankengut, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz salonfähig machen will. Zu dieser neuen Qualität der Aggression darf kein Demokrat schweigen. Deshalb ist es gut, dass aus der Mitte der Gesellschaft ein so starkes Signal kommt. Wir zeigen damit, dass unsere Demokratie wehrhaft und stark ist. Und noch etwas ist wichtig. Alle politisch Verantwortlichen sollten den Menschen mit einer klaren, berechenbaren Politik Sicherheit und Halt geben. Das gilt in diesen schwierigen Zeiten besonders für die zerstrittene Ampelregierung in Berlin. Dann müssen die Bürgerinnen und Bürger ihre Hoffnung erst gar nicht auf jene setzen, die unsere offene Gesellschaft verachten. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.